Ein absoluter Bestseller bei Forever Living Products ist das Gel mit dem blauen Deckel namens Freedom mit der Artikelnummer 196. Freedom bedeutet übersetzt Freiheit und ist für die Unterstützung des gesamten Bewegungsapparates. Was wir Ihnen heute allerdings vorstellen, ist sozusagen die mobile Version des Forever Freedom Getränks. Das kommt ja sonst in diesen großen Ein-Liter-Kanistern zu uns. Für den Kühlschrank perfekt, aber für unterwegs beim Wandern, zum Training oder bei Wettkämpfen ist der Kanister doch ein wenig sperrig. Ja und das Freedom To Go ist dagegen in diesem praktischen Trinkbeutelchen und enthält genau eine Portion. Also optimal nach dem Aufstehen im Hotel oder direkt nach dem Training. Es hat die Artikelnummer 306 und es eignet sich für alle, die gerne Sport treiben oder ihn noch lange weiter betreiben möchten. Gerade wenn man im Alter anfängt Einschränkungen im Bewegungsapparat zu spüren, dann macht Forever Freedom To Go viel Sinn. In Freedom To Go hat Forever 81% Aloe Vera Gel mit drei ganz wichtigen Vitalstoffen kombiniert. Diese haben die schwer aussprechbaren Namen Glucosamin, Chondroitin und MSM. Und MSM ist das Kürzel für den Naturstoff mit dem chemisch korrekten Namen Methyl-Sulfonyl-Methan. Deswegen MSM. Schwefel findet man in mehreren Aminosäuren im menschlichen Körper. Deshalb enthält unser Körper in etwa 140 Gramm reinen Schwefel. Das Glucosamin, Chondroitin und MSM sind neben den Aminosäuren wichtige Schwefelhaltige Vitalstoffe in unserer Ernährung. Und wenn früher ein Tier geschlachtet wurde, dann wurde es meist mit Stumpf und Stiel verarbeitet und da wurde nichts weggeworfen. Aber heute essen wir nur noch ganz gesundheitsbewusst Putenbuschstreifen, ganz mager. Und damit verpassen wir gerade diese wertvollen Schwefelhaltigen Vitalstoffe. Die findet man nämlich besonders im Knorpel. Früher hat man unter Schweineöhrchen nämlich keinen Blätterteichkuchen verstanden. Wir trinken lieber Forever Freedom To Go. Da stammt das Glucosamin und Chondroitin aus Krustentieren wie Schrimms. Ja und in Aloe aufgelöst kann man diese Schwefelhaltigen Vitalstoffe in ihrer Reinform sehr gut aufnehmen. Und genau das ist die Stärke des Lebensmittels Freedom To Go. Manche Hersteller verwenden ganz viel vom preisgünstigen Rohstoff Glucosamin und dann, wenn überhaupt, nur kleine Mengen vom viel teureren Chondroitin. Forever hat hier wie immer nicht gespart und die Vitalstoffe nach den Bedürfnissen des Körpers zugesetzt. Ja und wie viel ist denn da nun drin? In jedem Trinkbeutel sind 77 Gramm Aloe veragil, 1200 Milligramm Glucosamin-Sulfat, 1120 Milligramm Chondroitin-Sulfat, also fast ein 1 zu 1 Verhältnis, ganz wichtig, und 570 Milligramm MSM, das ist das Methyl-Sulfonyl-Methan. Das Ganze ist kombiniert mit 28 Milligramm Vitamin C. Ja und in jedem dieser Kartons sind 30 Beutel Freedom To Go zusammen. Im normalen Freedom, also das im Kanister, ist Orangensaftkonzentrat. Wer das mit dem Magen nicht so gut verträgt, der kann sehr gut auf dieses Freedom To Go mit der Artikelnummer 306 umsteigen. Da ist dann anstelle dem Orangensaft der Granatabsaft enthalten. Dieser Saft wird ja im Bereich Anti-Aging heute ganz besonders geschätzt. Das Freedom To Go kombiniert sich gerade für den Sportbereich sehr gut mit unserem Forever Calcium, um die ausgeschwitzten Mineralien wieder aufzufüllen. Das sind nämlich diese weißen Ränder am Sportshirt, die wir da sehen. Das ist Calcium und Magnesium. Und das finden Sie in unserem Produkt Calcium mit der Artikelnummer 206. Bitte nehmen Sie das Calcium abends vor dem Schlafengehen mit einem Glas Wasser. Das zweite Kombinationsprodukt für den Sport ist das Argi Plus. Das trinken Sie bitte immer auf leeren Magen, gerne morgens oder eine Dreiviertelstunde vor dem Sport. Bestimmt fällt Ihnen oder Ihrem Sponsor noch mindestens ein Produkt ein, das sich auch sehr gut mit dem Forever Freedom To Go kombinieren lässt. Tauschen Sie sich bitte jetzt darüber aus. Also fassen wir noch einmal die Argumente für das Forever Freedom To Go zusammen. Die genau richtige Portion für einen erwachsenen Menschen in diesem praktischen Einzelbeutel mit den wichtigen Schwefelverbindungen Glucosamin, Contuitin und MSM. Eingebettet in 81% stabilisiertes Forever Aloe Vera Gel und Granat Apfelsaft. Es ist für alle Sportler und solche, die es bleiben wollen und für alle, die ein Mehr an Bewegungsfreiheit möchten.